Hallo und einen wundervollen Tag. Ich bin's wieder, Christina der Stempelkeks. Heute bin ich wieder mit einer Ausverkaufsliste da. Und zwar wird der Mini-Katalog Januar, April 2023 abverkauft. Wir haben die Liste Gott sei Dank schon früher bekommen. Damit kann ich mich vorbereiten und euch auch entsprechend informieren. Und da ich finde, dass es mit Bildern und in dem Katalog selber viel einfacher ist zu erkennen, was da jetzt wie rausgeht, habe ich mir gedacht, ich mache wieder eine Katalogtour. Diesmal geht es um den Mini-Katalog und ich zeige euch jetzt anhand dessen, was alles abverkauft wird und wenn mit Rabatten, dann mit welchen Rabatten. Denkt bitte daran, dass die Abverkaufsliste mit den Rabatten erst am 4. April 0 Uhr zum Tragen kommt. Ich bitte euch dann direkt am besten, wenn ihr da Interesse habt, in den Online-Shop zu gehen. Ich verlinke ihn euch hier unten in der Box, dass ihr da schnellen Zugriff drauf habt. Notiert euch die Artikelnummern. Wenn ihr möchtet, nehmt euren Katalog. Meine Kunden haben ihn ja alle zur Hand und macht euch da Markierungen rein bei den Dingen, die euch interessieren. Und ja, dann lassen wir uns mal ruhig gleich loslegen, damit das Video nicht zu lang wird. Und zwar geht es gleich los. Auf der Seite 8. Die Produktreinkollektion geht natürlich als Ganzes nicht mehr weiter, also raus aus dem Programm. Das Produktpaket rustikaler Strauß wird als Produktpaket nur das Programm verlassen, sprich die Einzelartikel wird es weiterhin geben. Was rausgeht, ist das Designerpapier rustikale Karos ohne Rabatte. Moment, ich muss mal ein bisschen höher schieben. So, dann haben wir alles im Bild. Rustikale Karos geht raus ohne Rabatte und auch das Designerpapier rustikalfloral, bei dem ja die Stanze, die Handstanze mit bei manchen Motiven passt. Also da wäre noch die Überlegung, ob man da vielleicht dann doch nochmal was nehmen möchte. Aber das ist euch überlassen. Wie gesagt, das Produkt, ich mache mal doch noch ein bisschen tiefer. Das Format ist anders als vorhin im Katalog. Ich glaube, so ist es einfacher, da kann man die Seite sehen. So, Produktpaket raus, einzelne Produkte bleiben. Wer das also möchte und noch die 10% Ersparnis mitnehmen möchte, der sollte noch vorher bestellen, vor der 2. Mai kommt, dann sollte es, sofern am Lager, mit Prozenten, nämlich diese 10% Spar fürs Produktpaket geben. Dasselbe gilt für das Produktpaket Liebgesagt. Das Produktpaket geht raus, die Einzelartikel bleiben weiter im Programm. Dasselbe gilt für Sherry Milkshake. Da bleibt auch das Produktpaket auf der Strecke, aber die Einzelprodukte wird es weiterhin geben. Die opaken, selbstklebenden Schmucksteine gehen mit 30% Rabatt raus aus dem Programm für 6,83 Euro. Ihr seht hier die bunte Farbpalette. Lovecats, das Stempel-Set, wird auch aus dem Programm rausgehen. Produktrein-Kollektionen, wie gesagt, die werden alle rausgenommen, weil die solche nie komplett Bestand haben. Das Produktpaket Two-Tone Flora und auch das Produktpaket etwas Besonderes bleiben uns als Einzelartikel erhalten, aber als Produktpaket hat raus. Sprich, die 10% Ersparnis entfallen dann. Das leicht glänzende Papier in 12 x 12 Inch groß, also 30,5 x 30,5 cm, geht mit 30% Rabatt aus dem Programm mit 8,58 Euro. Das Designerpapier Künstlerisch Floral. Hier unten, das geht auch aus dem Programm ohne Rabattierung. Das hatten wir gerade gesagt. Two-Tone Flora bleibt als Produktpaket nicht mehr drin, aber die Einzelartikel. Dasselbe bei dem etwas besonderes Produktpaket. Heimeliges Licht, jetzt aufgepasst. Heimeliges Licht geht als Produktpaket raus aus dem Programm. Aber bei den Stempel-Sets geht nur das Ablösbare raus. Es gibt da ja die Möglichkeit, klarsichtig oder ablösbar zu bestellen. Hier oben steht es nochmal drin. Die Stempel-Set gibt es in zwei Ausführungen aus unterschiedlichem Material. Also entweder ablösbar mit Gummi oder diese Klarsicht-Stempel. Das sind die Klarsicht, das sind die Gummistempel. Und nur die ablösbaren, die Gummistempel, die gehen aus dem Programm. Die Klarsichtigen bleiben erhalten. Und das mit den Gummistempeln ist mit 60% Rabatt zu haben. Also für 11,20 Euro in dem Abverkauf ab 4. April. Standsform bleibt uns weiterhin enthalten. Also wäre auch da jetzt schlau, nicht mehr das Produktpaket, jetzt ja, aber ab dem 4. April, wenn man es denn möchte, das Produktpaket mit dem Ablösbaren. Nicht als Produktpaket bestellen, sondern bitte einzeln, dass die Bestellnummer ablösbar ist. Hier die vorne, die, wo das A vorne steht und dahinter die Standsform und heimiges Licht. Nur dann spart ihr die 60% auf das Gummistempel-Set. Der Frühlingstanz geht mit 20% Rabatt aus dem Programm und kostet dann 20 Euro. Auf Englisch geht der Stempel jetzt sogar mit 60% raus, kostet dann nur noch 10 Euro. Die Metallaccessoires-Libelle gehen mit 10% Rabatt raus für 8,78 Euro. Das Produktpaket Blumenduft geht aus dem Programm und zwar sowohl ablösbar wie klarsichtig und auch das Stempel-Set. Hier geht wirklich alles raus. Das ablösbare Stempel-Set und auch das klarsichtige geht mit 60% Rabatt für 11,20 Euro. Und auch die Standsformen Blumenduft sind mit 60% Rabattiert 15,20 Euro. Also bitte auf jeden Fall ab dem 4. April über die Einzelartikelnummern bestellen. Sonst bezahlt er den korrekten, vollen Preis. Also den Produktpaketpreis. Bezaubernde Bucht. Da geht auch das Produktpaket nur aus dem Handel. Die anderen beiden Sachen bleiben einzeln drin. Meeresbucht und die Standsformen. Das besondere Designerpapier Bezaubernde Bucht verlässt das Programm mit 10% Rabatt für 17,10 Euro. Auf dieser Seite bleibt alles wie es ist. Das Produktpaket Queen Bee. Da geht das Produktpaket raus. Die Standsformen Bienenkönigin gehen mit 50% raus für 19,50 Euro. Zu dem Queen Bee Stempel-Set war die Markierung mit zwei Punkten. Zwei Punkte hieß, dass die anderweitig vorübergehend vertrieben werden. Ich verstehe das so, dass das dann in dem exklusiv online so lange geführt wird, bis die Lager abverkauft sind. Beziehungsweise die hergestellten Teile. Genaueres kann ich wirklich später sagen. Ich habe das aber so verstanden. Also Standsformen gehen raus mit 50% und das bleibt weiterhin, ist nicht im nächsten Jahreskatalog. Das kann ich schon dabei sein. Das habe ich schon gesehen. Silly Goose, das Stempel-Set, geht auch aus dem Programm sowohl ablösbar wie klarsichtig, ohne weiteren Rabattierungen. Das Hand-Drawn-Dots-Große-Hintergrund-Stempel-Paket, ein Paket ist gut, ist ein einziger großer Stempel, geht mit 10% raus für 20,70 Euro. Und auch Layered Stripes geht raus ohne Rabatt. Sie tüttelt gleich und erhalten Produktrein-Kollektion. Hier ist wieder das Gleiche. Das Produktpaket, Petal-Park geht raus und das Produktpaket Schöner-Park. Einzeln bleibt beides drin. Sowohl das Stempel-Set wie die Stanze und jeder Stempel-Set und die Standsformen. Aber dann eben nicht mehr mit den 10% Sparbonus, wenn man es im Paket bestellt. Also dann bitte vor dem 2. Mai, sofern am Lager. Was haben wir hier noch? Die Runden-Akzente in opaker Optik gehen mit 10% raus für 8,78 Euro. Und auch das Designer-Papier im Park geht mit 10% Rabatt raus für 13,28 Euro. Hier haben wir nochmal die Auflösung, Petal-Park, Stempel-Sets und Stanze bleibt drin. Produktpaket raus und das Gleiche hier. Auf dem Bauernhof, das Produktpaket verlässt den Saal, verlässt das Programm. Aber auch das Stempel-Set auf dem Bauernhof geht raus, rabattiert mit 60% für 12,40 Euro und die Standsformen auf dem Bauernhof ebenfalls mit 60% für 15,60 Euro. Also da kann man echt ein Schnäppchen machen. Ich habe ja damit viel gebastelt und bin total begeistert davon, zumal es ja auch auf das, ja damals in der Celebration zu bekommende Designer-Papier gepasst hat. Wer das hat mit dem Bauernhof, der kann das natürlich glücklich schätzen. Da bekommt man jetzt für 12, 13, für 28 Euro ein komplettes Paket, Stempel-Set und Stanzen, Standsformen anstelle von 63 Euro. Das ist doch ein Schnäppchen. Around the Band geht raus mit 60% für 12,40 Euro und auch als Produktpaket geht es raus. Die Standsformen scheinen uns erhalten zu bleiben, weil die sind nicht auf der Auflaufliste. Auslaufliste. Boah, ich habe heute schon zwei Videos gedreht, es wird langsam kriminell. So, 10% Marigold Moments. Das Produktpaket geht raus, aber auch die Einzelartikel, das heißt Marigold Moments mit 60% Rabatt runter auf 12 Euro. Die Standsformen Studentenblumen mit 60% runter auf 16 Euro. Carat in Sunshine 50% Rabatt 14 Euro. Lackakzent Basics geht auch mit 40% Rabatt raus für 5,85 Euro. Way to Grow, das Stempel-Set geht raus mit 40% für 16,80 Euro. Und auch die Sprechblasen verlassen das Programm nicht nur als Produktpaket, sondern auch im Einzelnen. Die Sprechblasen, das Stempel-Set geht raus mit 60% Rabatt für 12 Euro und die Standsformen Sprechblasen mit 40% für 20,40 Euro. Die freundlichen Wichtel verlassen auch das Programm mit 10% Rabatt auf Englisch mit 27 Euro. Die deutsche Variante bleibt bei 30 Euro, solange, ja, am Lager. Das Produktpaket Lucky Clover ist auch raus. Das Stempel-Set bleibt beim Preis und die Stanze ebenfalls preis wie gehabt, aber eben abverkauft. Da könnte dann fast, wenn da kein Rabatt ist, das Produktpaket günstiger sein. Dass man das Produktpaket bestellt, dann hat man wenigstens die 10% Ersparnis. Wenn ich mir da jetzt keinen Fehler reingehauen habe, also ich gebe keine Garantie mehr als meine Liste, sorgfältig übertragen kann ich nicht, aber ich gehe davon aus, so wie ich das jetzt hier lese, dass die einzelnen Artikel nicht rabattiert sind. Ich habe mir zum Beispiel nur die Stanze gekauft und wer halt sagt, er nimmt beides, der würde sich jetzt immer noch gut stellen, dass er das 10% Produktpaket nimmt. Dann hat er nämlich wenigstens diese Ersparnis. Produktreihen, Kollektion, klar, haben wir schon gesagt, geht immer raus. Das Produktpaket Wüstentraum geht raus, aber auch komplett, da kommen wir gleich zu. Die selbstklebenden Faszitäten Pailletten gehen raus mit 40% Rabatt für 85. Das Dekoband aus Samt Amitat geht mit 30% raus für 7,70 Euro. Das besondere Designerpapier Drybrush Metall-Effekt bleibt drin. Das Designerpapier Zauber der Wüste geht raus mit 30% für 10,33 Euro. So, jetzt kommen wir zum Wüstentraum. Das Produktpaket geht raus. Der Wüstentraum als deutsches Stempel-Set geht raus mit 30% Rabatt für 21 Euro. Das englische geht raus mit 60% mit 12 Euro und die Stanzformen Wüstentraum gehen raus für einen Regulärpreis. Seite 45 sind wir schon, da gehen das Stempel-Set tolle Worte raus mit 30% Rabatt für 22,40 Euro. Ich finde die großen Schriftzüge unheimlich toll und das kann man super kombinieren mit den Kleinen, die dabei sind. Also hier herzlichen Glückwunsch. Danke. Wir sagen nochmals Danke. Also da sind wirklich tolle Sachen bei. Besonderes Designerpapier tierisch elegant. Kostet nur noch 15,20 Euro ab dem 4.4. mit 20% Rabatt. Sofern dann noch am Lager. Ballet Beauty geht raus mit 20% Rabatt für 21,60 Euro. Und wer eigentlich nur die, ja, die Figuren interessieren, die tänzerische Dame, die Balletttänzerin, der kann auch das französische Stempel nehmen. Das geht nämlich mit 50% Rabatt raus und kostet dann nur noch 13,50 Euro. Dann hätte teilt die entsprechenden Stempel in Französisch. Dann geht es hier weiter. Decorative Borders geht raus ohne weiteren Rabatt. Das Produktpaket Spritzige Zitronen. Da geht es wieder nur um das Produktpaket. Die 10% Ersparnis Möglichkeit fällt weg. Alle anderen Teile bleiben uns erhalten. Produktrein Kollektion Wetterfest. Da ist es auch wieder nur das Produktpaket, was rausgeht. Das bleibt erhalten. Das besondere Designerpapier Alle Wetter geht raus. Das passt aber auch zu den Stanzformen. Da kann man also überlegen, ob man da noch mal zugreifen möchte, aber ohne Rabatt. Dann kann man es auch gleich bestellen, bevor es nicht mehr im Lager ist. Produktpaket Osterhase. Das Produktpaket geht raus. Die Produkte selber bleiben uns erhalten. Das weiß ich. Habe ich schon gesehen. Seite 53. Da geht auch das fröhliche Etiketten. Jetzt wieder aufgepasst. Das geht wieder darum, dass nur ein Teil rausgeht. Das ist wieder ein Stempelset, was sowohl mit ablösbaren als auch mit Klarsichtstempeln ist. Das Produktpaket geht raus. Sowohl als ablösbar wie auch als klarsichtiges Produktpaket. Aber das klarsichtige Stempelset bleibt. Wer also das Ablösbare nimmt jetzt, weil es als Gummistempel ist, bezahlt im Deutschen weiterhin die 30 Euro und im Englischen wird das Ablösbare mit 60% Rabatt. Also wer da mit den englischen Sprachen oder mit der englischen Sprache und den englischen Texten das für sich leiden mag, der kann gerne mal in den Katalog gucken und bei der englischen Variante schauen, also in den englischen Katalog und gucken, ob da vielleicht was entsprechend für ihn mit 60% Rabatt bei ist. Dann Rejoice in Him wird mit 20% Rabatt abverkauft mit 21,60 Euro. Das Produktpaket Filigran Floral geht als Produktpaket raus. Wie gesagt, der Rest ist noch eine Weile da. Occasionally Funny. Das Stempelset geht mit 60% Rabatt raus für 12,40 Euro. Das Produktpaket Ginko geht raus, nicht nur als Produktpaket, sondern auch als Stempelset mit 60% für 11,20 Euro und die Standsformen Ginko mit 60% für 17,60 Euro. Also da bitte nicht das Produktpaket bestellen ab 4. April, sondern die Einzelelemente. Das Abenteuer wartet, ja, das hat gewartet, weil es geht raus. Produktpaket sowieso und das Abenteuer wartet als Stempelset, verlässt mit 60% Rabatt das Programm mit 11,20 Euro. Die Standsformen, die auch viele andere filigrane Standselemente mit drin haben, die gar nicht auf dem Stempelset mit irgendwo abgeglichen sind, ist mit 10% Rabatt für 38,70 Euro zu haben. Die Kordel im Dreierpack mit 20% Rabatt 7,40 Euro. Die Motivaufkleber im Emalie-Effekt mit 50% auf 5,25 Euro und das Designerpapier Naturabenteuer mit 10% für 13,28 Euro. Die dankbare Distel geht raus mit dem Stempelset 60% Rabattiert auf 10,80 Euro und die Produktstandsformen dankbare Distel ebenfalls mit 60% auf 13,60 Euro. Ja, da bin ich auch noch in Versuchung, weil ich finde die Sprüche ganz toll. Ich wüsste nur nicht, wie mich eine Distel schenke. Also da bin ich auch mit mir noch am überlegen, ob ich mir da bei der Rabattierung ab 4. April versuche, da das Schnäppchen zu machen. So, das bleibt beides drin, Watercolor World und auch das Standsformen angesagtes Alphabet. Finde ich ganz klasse, dass das drin bleibt. Die Dekoschablonen Kreative Lagen verlassen das Programm mit 30% Rabatt für 8,93 Euro. Das Produktpaket Brush Bouquet geht sowohl als Einzelstempel raus mit 10% Rabatt für 20,70 Euro. Und die Standsformen gemalter Strauß gehen raus mit 60% Rabatt für 15,60 Euro. Da habe ich eine Seite überblättert. Picturesque geht raus mit 60% Rabatt für 9,20 Euro. Geram mit Blumen geht raus mit 60% Rabatt auf 11,20 Euro. Und die Standsformen Geram mit Blumen ebenfalls mit 60% Rabatt für 18 Euro. Ja, also auch da bitte nicht mehr als Produktpaket bestellen ab 4. April, sondern dann tatsächlich die Einzelelemente. Produktpaket Willkommen. Da gehen die Standsformen raus mit 60% Rabatt für 16 Euro. Da ist also auch diese Tür und sowas drin und hier die einzelnen Türteile, die Türklinke, dieser Türklopfer. Müsst ihr mal schauen. Das Stempelset bleibt uns noch ein wenig erhalten. Das ist aber nicht im neuen Jahreskatalog. Das heißt, das wird bei exklusiv Online dann noch zu kriegen sein, solange wie der Stempelset noch da ist. So vermute ich es. Best Day verlässt das Programm ohne weitere Rabattierung. Auch die Motorradkollektion als Ganzes geht raus. Das Produktpaket wird nur als Produktpaket gestrichen. Das heißt, die 10% Ersparnis fallen weg. Ihr müsstet dann das Motorradfahrt und die Standsformen Motorradfahrt einzeln bestellen. Die selbstklebenden Nietenakzente gehen raus mit 20% Rabatt für 9,20 Euro. Und auch das Designerpapier verlässt das Programm ohne weiteren Rabatt. So, Produktpaket on the ocean. Es geht nur das Produktpaket raus. Das heißt, Stempelset und Standsformen bleiben uns erhalten. Dies ebenso. Das bleibt auch. So, wir sind bei den Kartensortimenten. Erinnerungen und mehr Alltagsabenteuer geht raus mit 30% Rabatt für 8,58 Euro. Karten und Umschläge, Erinnerungen und mehr Alltagsabenteuer gehen ebenfalls raus mit 20% Rabatt für 9,80 Euro. Und dann sind wir auch schon durch. Weil alles, was hier hinten abgebildet ist, ist noch eine Auflistung. Das haben wir hier auf jeder Seite gesehen. Ich habe gesagt, was rausgeht. Ja, hier sind wir noch bei den Gastgeberinnenartikeln. Da ist es so, dass ihr ja, wenn ihr eine große Bestellsumme entweder alleine habt oder durch eine Stempelparty einen Partyumsatz gemacht habt, wo ihr mich gerne dazuhören könnt, ich dir, deinen Freundinnen oder Freunden zeige, wie man in Zempinger Produkten arbeiten kann, was für tolle Sachen dabei entstehen können und wir natürlich auch kreativ sein werden. Da werden dann auch Bestellungen aufgegeben und wenn die eine Summe von mindestens 200 Euro erreichen, bekommst du als Gastgeberin sogenannte Shoppingvorteile und die betragen bei einem Umsatz von ab 200 Euro 10%. Es steigert sich dann, wenn du also für 200 Euro Ware in dem Bereich bestellst, auch alleine oder eben als auch eine Alltagsabenteuer Bestellung, dann bekommst du 20 Euro Shoppingvorteil. Und von diesen 20 Euro Shoppingvorteilen könntest du dir hiervon was aussuchen. Das ist zum Beispiel das Designerpapier Blumen und mehr für 22 Euro, was einen viel höheren Wert hat. Oder das Stempel Set at the Pond, was du für 17 Euro bekommen kannst von Shoppingvorteilen. Keine normalen Warenbestellung, sondern über Shoppingvorteile, die 17 Euro, hat auch einen weitaus höheren Wert. Diese Gastgeberinartikel sind, wie gesagt, immer nur über diese Shoppingvorteile zu bekommen. Und da ist jetzt auch nichts rabattiert. Also da bleibt es dabei, dass du für 200 Euro einen Warenbestellwert sein musst im Gesamten. Und dann kann man sich von diesen Artikeln aussuchen. So, mit dem kleinen Katalog sind wir weitaus schneller durch. Wenn du Fragen hast, melde dich gerne. Denk dran, wenn dir irgendwo dein Herz dran hängt, was du noch unbedingt haben möchtest, dann warte nicht mehr allzu lange mit der Bestellung. Gehe gerne über meinen Online-Shop, bestelle direkt, schau, was noch am Lager ist, was du bekommen kannst. Wie gesagt, wenn weg, dann weg. Die Artikel werden nicht wieder aufgefüllt, wenn die Lagerbestände abverkauft sind. Und was soll ich noch sagen? Ach ja, wenn es nicht so dringlich ist, dann kannst du natürlich auch warten, dass der Rabatt kommt und hoffen, dass du es dann noch bekommst. Ansonsten halt für den regulären Preis vielleicht jetzt vorher noch. Da musst du einfach schauen, was für dich in Frage kommt. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit. Wie gesagt, es sind noch zwei andere Videos zur Abverkaufsliste. Diesmal im Rennen. Einmal das Abverkaufslisten Video zu dem Jahreskatalog, der ja zum selben Zeitpunkt endet wie dieser Mini-Katalog und ein separates Video zu den Farbänderungen bei Stamping Up. Damit ihr da einfach auf dem Laufenden seid, könnt ihr da natürlich gerne reinschauen und auch da euch die Tipps und Tricks von mir mitnehmen. Ich bedanke mich und wünsche euch einen wundervollen Tag. Bis bald. Dein Stempelkeks, Christina, im nächsten Video.